Oh Gott, wie hat sie das realisiert? Hört ihr hinter euch? Das war eine Farte. Ja, gut gemacht, möchte ich mal meinen. War ja doch ganz witzig anzusehen, auch wenn ihr euch da ein bisschen im Weg gestanden seid. Aber, ja, ich denke mal, ihr habt noch etwas, das mir gehört. Handelt dich ganz schnell in Schlamm. Was? Wenn er das kann, kann er das gerne tun. Ich möchte nur mein Eigentum zurückgeben. Ihr müsst wissen, es ist halt nur geliehen. Also, ich muss es zurückgeben. Also, eigentlich ist es nicht mein Eigentum, sondern, ach egal, ihr wisst, was ich meine. Ich dachte, du willst es jemandem leihen. Nein, nein, ich habe es bekommen von den Jüngern Berenzins. Warum? Warum ihr, wenn doch eigentlich von Straten es hätte bekommen sollen? Ja, der gute Herr von Straten ist, naja, auch wenn es vielleicht nicht auf dem Papier steht, aber es ist, ja, sowas wie mein Boss, aber eher in der Nebenbeschäftigung. Und er hat mir das Auge anvertraut, damit ich, naja, euch Deppen finden kann. Warum wollten sie uns finden? Nun, nicht speziell eure komische Bande hier, sondern euer Versteck und die Mutter. Aber die ist ja jetzt zum Glück unter der Erde verschüttet und das ganze Pack ist ausgerottet. Nein. Und ihr hättet einfach, wie die anderen Diebesgilden, ab und an mal was rüberwachsen lassen können, dann hättet ihr euren Kram machen können. Aber ihr wart ja so blöd, euch in die Sachen des Kaisers einzumischen. Kommt schon. Ich meine, ein bisschen Schmuggel und sowas, klar, kann man drüber hinwegsehen. Ein Kämmerer beklauen und, naja, eure Nasen überall reinstecken in Abmachungen, die ich oder andere meiner Untergebenen mit irgendwelchen angeblich dubiosen Gestalten gemacht haben. Das sind alles Geschäftsleute. Das macht man nicht. Also, wo ist es? Versuch hochzurennen, um die Tür aufzumachen. Diese Falltür da. Ja, du rennst hoch und rüttelst dran, ist abgeschlossen. Würfel mal auf Warnima, bitte. Während sie so ein bisschen vielleicht für Ablenkungen sorgt oder für seine Aufmerksamkeit, gehe ich sehr nah an dich ran und versuche es heimlich, das Auge aus der Tasche nochmal zu nehmen, um dir in die Hand zu drücken, dass du im Zweifel... Er hat das Auge doch. Ach, du hast es die ganze Zeit schon. Ich habe es gar nicht... Ach so. Ich schreck dir einfach nur so an. 16 habe ich gewürfelt. 16. Du merkst, als du dran rüttelst, dass es scheinbar nicht nur verschlossen ist, sondern dass Personen draufstehen auf der Luke. Magierhand? Kannst du gerne machen. Ja, also du brauchst das offensichtlich nicht mehr. Wir brauchen das Ding offensichtlich dann doch nicht, wenn es nicht so wertvoll ist. Aber wofür brauchen denn die Jünger das noch? Irgendwelchen religiösen Schwachsinn, keine Ahnung. Gefährlicher religiöser Schwachsinn? Weil dann würde ich das vielleicht eher nicht... Nun, sieh mal so, es ist nicht an mir, das zu entscheiden, ob das gefährlich ist oder nicht. Der Kaiser hat gemeint, es ist okay, dass sie hier ihren Hokus-Pokus abziehen. Also sehe ich es eher als, nun ja, es wäre sehr unehrenhaft von mir, einfach dieses Auge nicht zurückzugeben, nachdem es uns ja geliehen wurde extra. So was macht man ja nicht. Apropos Hokus-Pokus, und ich zeige mit meinem gezogenen Schwerter auf die Runen, die an den Wänden sind. Ja, Hokus-Pokus, wie ihr den habt, aber ihr veranstaltet. Naja, nicht ich. Das kann ich nicht. Aber ist praktisch. Schützt Leute davor, hier drinnen rumzuspionieren. Natürlich. Ja, und wer hat das geschrieben? Es werden ja wohl kaum Leute aus der Konklave gewesen sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, mir wird das langsam hier ein bisschen langweilig. Ich hätte jetzt wirklich gerne dieses Auge. Wir haben es nicht mehr. Wir geben verloren. Wir geben es euch zurück, wenn ihr uns freilasst. Nein. Ruf ich so von der Treppe hin und her. Wir können, also, und, also, wir könnten ja noch vielleicht eine kleine Investition gebrauchen, irgendwie so ein kleines, wir könnten ja einen Deal etablieren, für so eine zweite Version von den Händen der Swings, Füße der Swings. Unsere Auftraggeber sind ja jetzt tot, also, wir könnten auch einfach für euch. Wenn wir das diesmal legitim machen. Das sind keine Zehnzünder, weil Englisch in der Sprache ist Halbling. Ich hoffe, du kannst Halbling. Hast du Halblingisch? Nein. Nein. Passt schon. Also, sagen wir so, prinzipiell, wenn ihr mir das Auge zurückgebt, kann ich nochmal drüber nachdenken, ob ich euch alle umbringe. Aber, ganz ehrlich, dieses Ding hier, und er holt so eine kleine Pfeilspitze raus. Und die Leute, die die Hauptkampagne geschaut haben, kennen diesen Gegenstand vielleicht. Und er deutet eindeutig auf Georg. Er dreht sich so frei in seiner Hand. Ja, also, wir geben es euch, wenn ihr uns freilasst. Wir zerstören es, wenn ihr uns töten wollt. Dann würfel mal auf überzeugen. Also, ich denke mal, du hast es wirklich vor, das Auge kaputt zu machen. Und dann? Warum habe ich Nachteil? Weil du vergiftet bist. Das Kippe. Warum? Hatte nicht jemand von uns die Idee. Minus eins. Nee, das ist Überlebenskunst. Überzeugen ist plus drei. 13. 13. Von mir aus. Dann sagt den Männern, die sollen von der Falte herunter. Ich lasse euch gehen, wenn ich das Auge habe. Nee, 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 so funktioniert das nicht. Okay, dann hören wir jetzt damit auf. Initiative. Na gut. Muss ich bei Initiative auch nachhören? Ist auch ein Attribut vor. Alter. Oh Mann. Das sind ja ideale Bedingungen. So, dann warne ich die Technik schon mal vor, dass ich gleich huiuiui aufstehe. Ach du Scheiße. So, dann hopp. Das war's für heute.